Hallo, guten Abend mit euch. Mein Name ist Justus König. Heuer gibt es am Hake-Up wie kann als Länderschauns der Abenddorf von den Jutokalen Länderschauns-Aufzug nach Neuen Abenddorf. Und heute ist Tag 3 der Ausgangsbescheidung hier in Bayern und für andere Tag 1 der Kontaktsperre. Und wir haben heute schönes Wetter und können uns mit zuhause in der Arbeit. Wäre auch heute gerne hervorgegangen, aber wir sollen ja zuhause bleiben. Deswegen machen wir alle mit. Wir bleiben zuhause. Aber trotzdem sind noch welche draußen, wandern und machen einen ganz normalen Tag. Die sagen einfach, ach ihr spinnt doch um ihr euch runter, das ist auch nicht so schlimm. Die Krippe war für schlimmer und so weiter bla bla bla. Wege finden sich einfach witzig und lachen über uns. Und machen trotzdem weiter. Ganz normalen Alltag, Party fahren und so weiter. Ja, wie soll man sagen? Ja, die haben sich schon auf eine Hochzeit gesprengt. München hat eine Wirtschaft oder Kneipe sich gedacht, die macht einfach nicht. Wurde die Schweimarkt zu kleben, dass keine Szenkarten neu sind. Und ja, das wurde auch gemeldet. Wie gesagt, es wurde auch gesagt, wenn man in Bayern zieht mehr als 5 Leute zusammen, kann man an die Polizei rufen. Das kostet bis zur Straße 25.000 Euro. Und in anderen Bundesländern darf man kein Kontaktverbot. Das heißt, man darf nur Freunde treffen. Aber nur zu zweit. Und hier in Bayern darf man nur Familie treffen. Keine Freunde oder Familie. Weil da das Virus nicht sich ausbrechen würde, dass hier Virus ausbrechen. Das wohnt ja nicht. Und da ich heute zu Hause bin und mache mit, wir bleiben zu Hause. Um mich zu schützen und andere zu schützen. Wegen Coronavirus. Keinen anderen anzustecken. Ist nicht zu bekommen. Habe ich mir heute mal ausgedacht. Mache ich euch mal ein Theaterstück. Beispiel ein Theater oder sowas. Mit meiner Handykamera. Mit der Handyhaltung. Film so gut wie es kann. Habe ich für den Sim gedreht. Mit meiner Akkursierung wo ich da habe. Und da wo ich hier bin. Nicht draußen. Weil ihr wisst, ich bin immer so gerne draußen unterwegs. Und da erkundet die Welt. Und macht aber Bilder und Fotos und Videos. Das geht heute nicht. Deswegen haben wir heute den Tag drei, dass der Ausnahmestein gekommen. Hier in Bayern. Ein Theaterstück. Jo. Ich hoffe euch gefällt's. Es ist nur zum Spaß gemacht. Ich weiß. Ich habe auch letztes Mal mit dem Captain America gesagt. Dass er ein Midline zu Hause war und sowas. Ich weiß, es gibt alle Sachen ein bisschen spastig oder verrückt oder tada. Ich finde nur ein bisschen fett. Das gibt es immer. Nicht jeden kannst es an Geschmack bringen. Also mich gegen gefällt es. Ist halt so. Aber da muss man durch. Ähm. Mal sowas nach. Muss man dir gefällt haben. Weil es gibt nicht jeden. Hat sich jeden alles gefallen. Also hat sich jeden damit. Es gibt wenigstens. Oh du spinnst oder sowas. Sowas machen. Oder was ich jetzt mal gemacht habe. Ach du zu verrückt. Du spinnst doch. Und so weiter. Und so weiter. Und sowas. Bist du blöd oder bist behindert. Oder bist Basti oder sowas. Ist ja wurscht. Und. Ich mache es jetzt so. Wie ich ausgesperre. Ich mache es noch mal kurz. Da spür. Gehe zu. Nur mit dem Handy. Ich habe es selber. Ein Programm beschneiden. Ein Handyprogramm. Wie immer. Da ich andere Menschen habe. Professioneller. Die haben ja auch andere Ausstattungen. Ich habe nur ein Fiore-Auri-Handy. Und mehr geht habe ich nicht. Und andere haben ja teure Kamera. Und teure Computer. Und teures Schneideprogramm. Wo alles machen kannst. Das habe ich nicht. Ich muss mit normalen zuerst kommen. Und das macht man das so. Wie normal das geht. Das ist halt Amateur. Aber es ist ja noch ein Hobby. Da ich zu Hause bleiben muss. Mach ich jetzt mal. Tja. Auch mein Hobby von mir. Und das mit Singen. Das ist auch immer sowas. Was ich nebenbei mache. Als Spaß halber. Es. Muss noch Spaß machen. Andere findest du idiotisch. Oder sonst was. Lachen drüber. Und für TTS. Weil ich nur gesagt. Kein zu TTS. TTS ist mir einfach zu anstrengend. Das ist zu viel. Nicht mal Geschmack. Okay. Vielleicht schaffst du mal. Ein Stück weiter. Und dann da. Das ist mir einfach. Ich habe mal gesehen. Aber ich habe gesagt. Das ist mir zu viel Aufwand. Das ist nichts für mich. TTS. Das ist. Nur ein bissel. Nur ein bissel. Was ich mache. Nur ein bissel. Ähm. 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 Wie heißt das? Spaß am singen. Nicht. Professionell singen. Wenn du schnell das gut singen würde. Okay. Können wir nochmal so. Spaß singen. Es ist zu viel Aufwand. Und das wird so. Wenn so ein böse Geschmack ist. Von dir wohl. Im Fall so. Ja. Und jetzt nochmal so ein Stück. Ich hoffe es gefällt es. Dann grüße ich alle meine Freunde. Fans, Kollegen. Besonder Leute wie von mir. Schwarzmann aus Würzburg. Frauenamt. Nico. Sarah. Alexander. Schwarzmann. Dann. Grüße ich noch. Die Sabine und Andy aus Würzburg. Die mir schreiben. Kommentieren auf Instagram. Ich würde euch freuen. Dann grüße ich. noch den Martin und Gabriel. Martin Automobile Rassacker. Das sind meine Freunde und Fans. Die helfen über ein Auto. Reparieren. TÜV. Tuning Service. Und da habe ich ein Auto gekauft. Das war ja schon. Und wenn ihr ein Auto braucht. Kaufen wollt. Oder verkaufen wollt. Dann schaut bei ihnen vorbei. Er hat sogar eine Internetzeile. Muss einfach gucken. Martin Automobile. Autohändler. Rassacker. Da hat dann eine Automobile Internetzeile. Oder so. Irgendwas. Keiner sehnte Autos wo er drin hat. Ähm. Ja. Dann grüße ich noch. Niklas Wagner aus Braunschweig. Der commence noch mit трetsche Jacquet. 고ileen Waldbrink. Das war's für den Grüßen. Wünsche ihnen Einen schönen Abend. Danke für's Zuschuss anschauen. Wir sehen uns bald wieder. Das war's für ihnen. Dannアmiteure Aushống. Vielleicht Spaß beim Filmen. Dann auch öchsten mich. Hoffentlich gefällt es euch. Den Film die ich mir ausgedacht habe. Besseres. Dann grieiß ich jetzt cei leuré hin. Mit eurer Handykameran, der ich hab. Alles geht's hin. Ich bin amateurbewus. Also professionell brauche ich eine andere Ausrüstung. Und das ist eine clubsige dichter. Das rat真的很 coeltern. Ich kouche Frühling voraraussut. und ich habe alles nur spontan ausgedacht. Also was ich jetzt gedreht habe habe ich spontan ausgedacht unter Führung für 2-3 Stunden dafür gebraucht. Einfach so was spontan ausgedacht. Nicht lange gelegt, sondern immer spontan. Einfach jetzt sagt, jetzt hört man das ein, dann muss man das. Dann muss man wieder schneiden, dann wieder neu machen, wieder schneiden, wieder neu machen, wieder schneiden. Manchmal passt die Kamera im Aufblick nicht, das empfindest nicht oder sonst was. Das ist einfach so jetzt so gemacht. Ich habe gesagt, jetzt bin ich noch drehen, jetzt mache ich was, füllen wir was ein und so muss das funktionieren. Okay, jetzt machen wir's. Test 1, Test 2, dann machen wir Verbesserung, Test 3 und Test 4 und 5 irgendwelchen schneiden zusammen und dann sieht das alles aus. Jetzt. Dann. Viel Spaß und Action. Ab die Seite. Los geht's. So. Mach auf wir Toten. Käpt'n halt. Hier ist der Meister Teufel. Herr braucht jetzt deine Dienste. Okay. Du musst für mich mein Schatz holen. Wir werdenst du da befinden. In der Ruhe. Okay, Meister Teufel. Den musst du wieder besorgen. Mein Schatz. Bist du in der Ruhe. Okay, Meister Teufel. Okay, Meister Teufel. Ich weiß, dass Sie den Platz holen. Sie können auch für mich verlassen. Sie können auch für mich verlassen. Sie werden sich nicht beräumen, weil ich das weiß will. Ich werde Sie sofort bringen. Ja. Amartelesk wählt wahrscheinlich nicht an, das zu brauchen. Den kann ich aber nicht. Okay. Damit finden wir auf Drach. Okay, der ist weg. Dann werde ich jetzt den ersten Auftrag erledigen. Mein Leben ist mein Zielrad. Denn so ist es. Ich werde meinen Auftrag erledigen. Ich werde meinen Auftrag真kler erledigen. Ich werde meinen Auftrag amarue übeln. Ich werde meinen Auftrag swimuel Là getrunken. Ja, ich werde den Nostag-Blog erreden. Ich werde beim Meister die Tasse einen Satz bringen. Über die Unterstützung von dem hätte ich das nicht gebraucht. Auf! Hol' ich dir den Satz für den Meister Tasse. So, da bin ich. Und irgendwo soll wieder Satz fallen. Oder das ist auch Fass. Kein... ...kein instillivanten Draht. Aha. Ah, da ist die Truhe. Da muss ich Satz fallen. Das ist ja zu einfach. Da ist man der Satz. Da ist man in der Truhe. Da ist der Satz. Der Satz. Der Satz. Warte mal. Hah! Was... ...sacht er da? Warum klaut er mein Schatz? Das! Okay, ja, kommt. Da ist der Schatz, du, da ist der Schatz, so wie die meisten Teufelsverkehrs und da befindet sich der Schatz, der BMW-Schlüsseler. Ey, du! Was? Wer bist denn du? Wer ich bin? Ich bin Captain America, war bekannt als Östers König. Klar, legt mein Schatz wieder zurück. Was? Captain America, und du willst ein Schüssel haben? Denk ich dir niemals. Der muss doch auf meiner Hand reißen. Denk ich, ich kann bloß nicht scheiße raus. Komm doch her, du bist. Weißt du, wer ich bin? Ich bin der befürchtete, berühmte Pirat Captain Knight von den Neidwaren Piraten. Egal, wer du bist. Ich mach dich fertig. Leg dich mit mir an. Ich geb noch letzte Chance. Leg das zurück. Na gut, dann nimm das hier. Klar war ich die Attacken raus. Das war auch nix für mich. Was? Du bist einfach auf meiner Attacke entwichen? Ich hab doch nie noch mehr gedacht. Ich hab das immer gedacht. Na gut. Steck ich mal das hier weg. Dann kämpfe die Feuchte. Dann komm her. So. 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 Ist so stark. So. Tadau. Ich bin ein neues Geschenk. Äh, neues Geschenk ist auch da. So, ich sollte kommen zu helfen, hat der Post gesagt. Dann, erlede ich dich lieber. Lass, du bist wann du machst. Ha, dich mach ich doch auch fertig. Ah, da ist der Gegner. Haha, das wirst du sehen. Mann, ist der stark. Schild! Das ist einfach zu stark. Dann musst du doch nicht wissen. Tut mir leid, er verschwindet wieder. Tschau! Sie ist doch immer komplett fertig gemacht. Was? Mein Ding ist gut aufgesiegt. Also, von mir aus kann es immer so weiter gehen. Gib auf. Und du bist der Nächste. Nächster Teufel. Ich habe keine Chance. Der Ding ist so stark. Der hat ein heißes Herzgesicht. Lass sie gegen mir. Energie zu verwandeln. Und dann kommst du her. Na gut. Dann verwandel dich. Okay, geh mal raus. Geh mal raus. Komm, kämpf mir. Los. Los. So. Jetzt hab ich vorhin gut. 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 Dann lass. Komm. 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 Ha. 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 Das gibt mir keine Chance. Ich bin Captain America. Yeah. Von mir aus kann es immer so weiter gehen. Bis auf die Endlichkeit. Bis schurke. Bis erledigt. Bis erledigt. Gib jetzt endlich auf. Sonst erledig dich. Mein Name ist. Justus König. Captain America. superior cohesive. Der muss viel Pist. Üift X1 zu gefährdet. Der war fast K.O. Der letzte Chance. Der gab mir echt continuum. Geht mein Schlüssel, mein Schatz zurück oder ist es ausradiert? Scheiße, so ist keine Schwarz gekriegen. Und darum, lass mal noch mal kämpfen. Für den Schatz. Na gut. Du hast dich geschickt. Gut, das war's mit dem... Ja, ein Kapten-Nightrider von den Nightreparanten. Du bist angeniert, vernichtet. Ich hab dich noch oft genug gewarnt. Wer nicht hören möchte, muss halt füllen. Das heilt mein Schatz wieder auf. Mein Schatz, der will mir schütteln. Und er kommt jetzt wieder in seine sichere Toru zurück. A.D. Nehm ich mit. Verstecke. Sehr gut. Dass kein Bösewicht es bekommen kann. Legt mich an. Und zeit er dran. Denn mein Name ist... Justus König. Captain America. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und gleich ist der andere Stück. Von mir gemacht. Mit meinem Handy. Ihr wisst ja. Mit dem Handy. Bye-bye. Und zum Glück ist es doch. Ist es ja wirklich mein Schatz. Mein Auto. Mein Traumauto. Mit 5er BMW. 5er BMW. Me. 3. 20. D. X-Drive. Mit. M. Sportausschattem. Das war ein Schatz. Den kann keiner mehr. Bye. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh, Scheiße. Captain Knight hat verloren. Das war mal nix, oder Schatz? Bleib beim nächsten Mal. Adios. So, das war's. Wer dich hören möchte, ist das Film. Mein Schatz. Tschüss, willkommen wieder zurück. Das war's. 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 Das war's.